Habe die Ehre, mein Name ist Daniel Mulitz und herzlich willkommen zurück bei DoubleJump. Weißt du was, auf der einen Seite kann ich's nicht glauben, dass EA das mit Skate machen soll, aber auf der anderen Seite ist es EA. Von dem her, wen überrascht's? Naja, fangen wir mal damit an, was überhaupt passiert ist. Wenn du in meinem Alter oder wenige Jahre jünger bist als ich, dann erinnerst du dich noch mit großem Wohlwollen an EA Skate Games Reihe auf Xbox 360 und PS3. Besonders Xbox 360, weil um ehrlich zu sein, da waren die Games besser. Skate soll nämlich nach einer gefühlten Ewigkeit tatsächlich wieder weitergeführt werden. Aber nein, kein Skate 4, sondern mobil. Ja, für iPhone und Android auf Touchscreen. Derzeit ist es noch ein Gerücht, aber ein Gerücht mit richtig dickem Nachdruck. Denn das Gerücht kommt vom amerikanischen professionellen Skateboarder Jason Dill, der im The Nine Club Podcast zu Gast war. Und das liebe ich am Podcast, dass Menschen sich im Podcast einfach öffnen. Egal ob vom Angestellten, über den Sportler, hin zum hohen Politiker. Da das Format so viel persönlicher als TV und Radio ist, öffnet man sich einfach so viel einfacher. Der hat in seiner Episode nämlich erzählt, und das ist jetzt meine deutsche Übersetzung, also vor ca. 10 Monaten hat mich EA angerufen und meinte so, hey, wir wollen mit dir über Skate reden. Und ich so, klar, schießt los. Und darauf die dann so, wir wollen eine mobile Version von Skate 3 machen. Da habe ich nachgefragt, okay, und was sonst noch? Und darauf gaben die mir nur als Antwort, nichts, das ist alles. Und darauf meinte er, musste er mit EA einfach die Meinung teilen, die sowieso schon wir alle haben. Und da lese ich euch wieder meine Übersetzung vor. Also habe ich darauf zurückgeantwortet, hey, kein Stress, aber keiner will eure dumme mobile Version von Skate 3. Macht doch endlich Skate 4. Macht's einfach. Macht das Game und seid wieder in der Szene. Klar wird euch Skate 4 nie die Kohle machen wie die anderen Games, aber Skate ist ein Game, was man für den kulturellen Einfluss macht und das Game bezahlt sich später. Wie diese mobile Version von Skate 3 aussehen soll, was die alles beinhaltet, poh, das ist eine gute Frage. Dazu wissen wir noch gar nichts. Während sein Gespräch primär um die mobile Version von Skate 3 ging, hat er aber auch wieder das Gerücht bestätigt, dass dieses Jahr ein neues Tony Hawk erscheinen soll. Aber mehr hat er dazu im Podcast auch nicht erzählt. Hey Activision, was ist da los? Aber wie schaut's bei dir aus? Würdest du Skate 3 auf deinem Handy spielen? Erzähl mir deine Meinung am besten auf Instagram. Ich habe jetzt übrigens einen neuen Instagram-Account angelegt. At DoubleJump.at, den gibt's natürlich weiterhin. Und ich werde auch dort weiterhin immer die neuen Episoden posten, aber ich habe einen Daniel Mullitz Instagram-Account ebenfalls gemacht. Denn ich möchte mehr persönlich mit euch in Kontakt sein und ich möchte euch auch mehr vom Behind-the-Scenes des Podcastings zeigen. Wenn du zum Beispiel neugierig bist, wie ich die neuen Episoden recherchiere, zusammenschreibe und so weiter, dann bist du mit dem neuen Account genau richtig. Den neuen Instagram-Account, den findest du unter at Daniel Mullitz. Alles als ein Wort zusammengeschrieben. Und die Links zur Story, die habe ich dir wie immer in der Episodenbeschreibung in deinem Podcast-Player oder in den Shownotes auf www.doublejump.at verlinkt. Und wenn die heutige Folge für dich interessant war, dann teile sie jetzt mit deinen Freunden. Dazu geh in deine Podcast-App, drück bei der Episode auf den Teilen-Knopf und schick sie über WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram oder Snapchat an diejenigen, die der heutigen Episode deiner Meinung nach zuhören müssen. Das war's für diesen Mittwoch. Mein Name ist Daniel Mullitz und wir hören uns wieder morgen bei DoubleJump, deinem werktäglichen Gaming-News-Podcast. Habe die Ehre!